Im heutigen Home Delivery wird es tatsächlich süss und vor allem kitschig. Hello everyone, I'm Sandra from Kitch Cakes, also known as Miss Kitsch. Ich bin Sandra von Kitch Cakes, auch bekannt als Miss Kitsch. Kitschige Dekorationen sind in Amerika im Moment der grosse Trend. Und ich bin mir sicher, auch in der Schweiz wird mir noch viel davon gehören. Vielleicht auch erst in ein paar Jahren. Ich zeige Ihnen jetzt, wie man die herzigen und feinen Cake Pops macht. Das ist ganz etwas Neues. They're very cute and delicious and I'm going to show you right away how that goes. So have fun and enjoy. Als erstes ist gerade mal die Teigmasse an der Reihe. Die kommt in eine Bachform und wandert in den Ofen. In der Zwischenzeit kann man Buttercreme in Angriff nehmen. Für das braucht es Budezucker, Vanille, Butter und Frischkäse. Alles zusammen wird verrührt, bis die Masse schön grämig ist. Ist der Kuchen ausgekühlt, wird der verbröselt. Dann kommt Buttercreme dazu, sodass es eine richtig klebrige Masse gibt. Aus dem kann man dann Kugeln formen oder mit einem Förmchen ein Miniküchchen draus machen. Jetzt kommt noch ein Lollipop-Stängel rein. Und dann tunkeln wir das Ganze in flüssige Schokolade. Am besten natürlich zweifarbig. Jetzt noch ein bisschen Glitzen drauf und fertig sind die Cake Pops. Das ausführliche Rezept gibt es unter lifestyle-tv.ch Nach ch.